Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Wie kann das angehen? Du musst dich einmal komplett umdrehen. Hier sticht so ein Wand raus aus Hälsen. Mal gucken. Ich fände hier echt eine Ingame-Map. Das ist echt schade, dass es die noch nicht gibt. Also eventuell bin ich jetzt direkt bei dir. Okay. Was siehst du denn? Ich bin auf der ganz anderen Seite der Map. Du bist aber am Wasser. Ja. Okay. Ich sehe so eine Felswand. Bisschen ähnlich. Okay, aber du kannst nicht zufällig so eine Art Steinnest auf so einem kleinen Hügel erkennen. oder? Steinnest? Ja, das sieht aus wie so ein Vogelnest auf so einem Berg. Wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich gar nicht. Das ist echt immer schwer zu erkennen. Man müsste ja echt einmal einen Standpunkt haben, wo man... einmal wirklich zu wissen, wo man gerade ist am besten. Er hat zumindest einmal angezeigt bekommen, oder so. Ja, eben. Komm schon, ich wieder hoch. Ja. Lass mich hoch. Danke. Ja, bestimmt auch bald voll die krasse Hütte bauen. So. Mal gucken. Bestellt. Bauen wir uns ein richtig riesiges Teil dahin. Schlossen. Ein Schloss, alter. Auf dem Server sind ja noch nicht so viele Leute, das heißt wir haben gute Chancen, dass wir da auch nicht gleich immer getötet werden. Aber jetzt bin ich nur durch die Einzigen im Moment. Ja, ist doch gut. Ah, schon wieder. Shotgun Armor. Braucht gleich nur noch... Oh, ey. 12... Ähm. Äh, scheiße. Wie heißt das? 12 Low Quality Metal. Aber die muss ich, glaube ich, im Ofen machen. Glaube ich auch. Ja. 5, 4 Gewehr. Klo. Uh, da ist ein Hirsch. Du bist mein... Kleine Funze. Na ja, du Sackesicht. Fäng. Lauf... Ja, komm, lauf bald auf mich zu. Nein, schade auf mich zu. Jetzt hör doch mal auf zu lauf, du blödes Pisse. Pissding da vorne. Hallo. Bleib stehen. Ich will doch gar nichts von dir. Nur ein bisschen töten. Mann, wie blöd. Zu hoch. Tiefer. Und tot. Hm. Komisch. Aber ich glaube, ich lauf wirklich in die falsche Richtung irgendwie. Aber wenn du am Wasser bist, ist das schon mal gar nicht so schlecht. Hm. Dann wissen wir zumindest schon mal... Dann wissen wir zumindest schon mal grob die Richtung. Komm schon mal. Nein. Geht doch. Bist du sonst wieder auf der Straße? Äh, nee. Ich lauf am Wasser entlang. So. Okay. Aber hier kannst du eigentlich gar nicht mehr sein, glaube ich. Also ich habe so eine kleine Hütte. Direkt am Wasser eigentlich, wirklich. Ja, hier sind viel zu viele Steine. Also hier kannst du gar nicht sein. Ja, das ist zwischen quasi zwei... Riesenfelsbrocken habe ich gebaut. Ach, Mann. Ey, komm schon. Der Bruder ist ein Gritzli-Bär. Ob ich den machen würde? Wie viel Schläge ich wollte? Der ist nicht so schwer. Okay. Dann versuche ich den mal. Also ich habe es zumindest gerade eben mit Leichtigkeit mit dem Bogen geschafft. Okay, drei Schuss. Der braucht ungefähr selbst. Vier Schuss habe ich gebraucht. Na. Nein. Nein, nicht fuckelt. Nein, nichts essen. So süßig. Ich versuche jetzt mal die Straße wieder zu finden. Also. Rust-Alpha. Steinen und so einen Scheuß sammeln hier Ach Gott, ich würde ja gerne mal wieder eine Waffe finden, so wie ich das mal geschafft habe, als ich der Solo-Player gemacht habe, also alleine gespielt habe, nicht Solo-Player, das gibt das ja hier gar nicht Boah, als ich so alleine gespielt habe, das war voll gut Ich habe die Kiste einfach mal mit so einer M4 drin gefunden Das war richtig gut Jetzt finde ich hier nur immer so Pisse So Pisse So Pisse Pisse Oh, ich habe einen Pfiffi hinter mir, wie süß Oh, Kiste, meine Oh, noch mehr Blaupausen Leck mich am Arsch, du blöder Pisse Erstmal aus dem Radio-Kirchen-Gebiet raus Hm Oh, Leute, der braucht keinen Klang Das ist ja schonmal schön Zwei Schuss für den Wolf Okay, gut zu wissen Bloß schade, dass ich keine Munition mehr habe Das haut So, wieder ab nach Der Rhein Oh, Schuhe gegen Radioaktivität Sehr schön Und was mir hier fehlt, ist noch Das wäre so wie bei DayZ Dass du auf so eine Third-Person-Ansicht wechseln kannst Und dass du denn so zoomen kannst Hört sich komisch an, aber Ist eigentlich ganz praktisch immer Okay Weil du kannst da richtig gut zoomen Denn zum Teil, du kannst dann hier mal auch mal ein bisschen weiter weg gucken Falls du einen anderen Spieler suchst oder sowas Oder falls du irgendwas nicht genau erkennen kannst Ach so, meinst du das? Ja, okay, gut Oh, ich hab so viel Shotgun-Moon Oh, ich hab einen Flashlight-Bauplan bekommen Hammer, geil Was für eine Taschenlampe Dann musst du noch Batterien Machen können Oh Gott, ich hätt früh ins Bett gehen sollen Ja, also ich hab gestern ja herrlich früh geschlafen Nachdem ich ja gestern morgen noch einen Einsatz hatte Toll Ja, das war echt toll, weißt du Blödes Ding Ha, voll blöd Ha, im Laufen getroffen, Alter Voll der Skillshot gewesen Ich finde die Straße nicht mal mehr Das kann doch nicht angehen Oh, Medipacks Braucht zwar kein Mensch, aber ich hab's Aber ich hab schon eins gebraucht Ja, ab und zu hab ich auch schon mal eins vielleicht gebraucht Aber Das war jetzt noch nicht so der Befehl, was ich davon verbraucht hab Vielleicht lauf ich eigentlich die ganze Zeit immer noch hin und her und farm die Kisten ab Aber da kriegst du mega geilen Stuff draußen so Voll gut Ich würd gerne eine Straße finden Hm Das ist voll die gute Taktik Also ich glaub, ich war jetzt bei Irgendwo bei Hacker Valley South Und dann da unten bei Das ist voll die gute Taktik Und dann da unten bei Das ist voll die gute Taktik Und dann da unten bei